Blödes Teil. Ich habe es extra hier mit Tesa und Band und es ist zu kalt, Kinder. Zwei Daumen von Eberk Thorn. So. Ja, hallo und willkommen bei eBike.com. Ja, heute gibt es mal ein kleines Special-Video bzw. ein halbes Tuchen-Video, aber darum geht es eigentlich heute weniger um die Tour. Ich fahre heute mal Richtung Birkholz und dann über die Lommastraße oder Lommastraße wieder zurück nach Blumberg. Heute geht es mehr um die Insta 360 X3. Ich werde jetzt heute mal auf der Tour, ja, so gut es geht, fast nur mit der Insta dementsprechend filmen. Hier mal die Insta auf Herz und Nieren testen. Erstmal, was die Kälte betrifft. Wir haben es jetzt aktuell minus ein Grad. Und zum Zweiten möchte ich ja auch dann schauen, ja, was alles mit der Insta möglich ist. Und ich habe sie schon hier vorne am Rahmen positioniert. Kleine Info noch vorweg, was super funktioniert. Ich habe jetzt ein Ladekabel mir besorgt für mein Display zum Handy. Und ja, es ist die ganze Zeit auf 100%. Funktioniert also klasse. Dann wünsche euch viel Spaß beim Video. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja das ist hier übrigens dieser loma weg und den hatte ich schon im sommer gemieden da bin ich auch ich weiß nicht links oder rechts hier quatsch links rum gefahren aber das ist jetzt der absolute härtetest für meine für mein bandscheibenimplantat in der hbs aber ich bin ja gut gefedert durch die federsattelstütze und vorne ist auch gut eingestellt also funktioniert keine schmerzen alles schick es ist so kalt kinder da da ist der rastplatz an der loma am loma weg da mache ich jetzt mein mittagspäuschen schön wind geschützt wunderbar perfekt eine kleine wind geschützte hütte irgendwo nirgendwo sogar mit mülleimer klasse zigarettending hier um die fahrräder abzustellen echt klasse ich klasse gemacht hier fahrrad raststätte stand da glaube ich im internet und gefällt mir echt gut gefällt mir echt echt gut ja ich habe mir gesagt die ist mal schon wieder so jetzt gibt es mal was leckeres zum mittag da 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 eine capri sonne ist kaputt hoffentlich kann ich halt gleich noch trinken ja egal ich setze mich mal hierhin ach herrlich echt klasse ich war noch heute morgen überlegen soll ich mir noch soll ich mir noch meine thermos kann ich habe so eine kleine thermos kann extra weil ich mir die noch voll kaffee machen habe ich halt überlegt aber dann irgendwie doch wieder vergessen und naja jetzt wäre der kaffee natürlich richtig gut bei diesen sehr kalten wetter die fahrrad raststätte doma weg also welche gemeinde da immer auf den idee kam oder welcher sponsor oder wie auch immer das ist eine echt tolle tolle sache die hier gemacht habt wind geschützt kann man schön kräuschen machen schöne aussicht fahrrad abstellen mülleimer 2 2 2 2 daumen von eberton so und weiter geht jetzt fahren wir hier durch den nadelwald und schon lange nicht mehr durch den nadelwald gefahren hübscher weg hier am loma weg hübscher weg am loma weg ja aber wie gesagt hier bei der temperaturen unserem gefrierpunkt und je häufiger ich anhalte um irgendwelche neuen perspektiven auszudenken umso kälter wird mehr und deswegen muss ich das mal auf den wärmeren tag verschieben so und jetzt geht's richtung blomberg so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und ja, kommen wir mal zum Fazit der Tour. Also, Problem mit dem Handy, mit dem Akku ist vorbei. Das existiert nicht mehr, das Problem. Dann schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie ihr die Aufnahmen fandet von der Insta360. Und deswegen interessiert es mich natürlich sehr, was ihr davon haltet, beziehungsweise ob es euch gefällt. Das, was ich jetzt hier zusammenschneide, ich kenne das Ergebnis ja noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Ansonsten, ja, der Akku vom E-Bike hat auch super gehalten. Vor allen Dingen, ich habe heute mal die ganze Tour den Automatik-Modus verwendet. Also, ich habe jetzt auf die 30 Kilometer, waren es ein bisschen über 30, habe ich jetzt 30% Akku-Verbrauch gehabt. Also, pro Kilometer 1% im Automatik-Modus. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ja, die Tour hat mir super Spaß gemacht heute. Obwohl es eigentlich relativ kalt ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Abenteuer von E-Bike-Turm zu verpassen. Es grüßt euch, euer E-Bike-Turm. Bis dann. Ciao. E-Bike-Turm